das heißt wir werden gleich gegen das schwert schon kämpfen dürfen schwalbenklinge ja das wird wieder ein nicht schöner kampf nein natürlich muss der berserker jetzt so grüne front da ist egal wenn der kampf länger dauern sollte ist doch egal hauptsache wir schaffen das hier sicher durch kein risiko eingehen ich bin ja normalerweise bekannt dafür dass ich das risiko eingehe so kam jetzt trotzdem das schwert raus ich weiß es so zack 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 das ist kacke ohne schock also ohne anfangs schock das heißt wir werden auf jeden fall noch mal eine zweite klinge sehen das hatte ich eigentlich versucht zu vermeiden kommt gar nicht mehr auf dem boden das ist so krass ja bleibt einfach in der luft my friend chill da oben ruhig ein bisschen tut auch gar nicht weh ja kacke jetzt ist die schwalbenklinge da ich hau den nur fix in auf die schwalbenklinge oder ich weiß ich soll was wagen nein auf das berserker wir wechseln aber auch grüne front der wird sich ja wohl der wird sich nicht dagegen heilen können wir machen die schwalbenklinge das kann doch nicht sein dass eine kleine klinge so viel schaden macht man ich hatte ihn fast dieser blöde boss was heißt boss walker so mit schlag so jetzt jetzt geht es aber da und ja das problem ist dass man zweiter ich wüsste mal gerne wo wir hier hingehen wie groß ist denn diese arche bitte war klar dass wir da nichts viel für kriegen das war klar ich kann versuchen der sieht mich auch noch da kann es schon vergessen er hat doch überall gesehen wo ich war oder doch nicht cool okay ich habe nichts gesagt das wird das ganze natürlich wesentlich einfacher machen so ist das schön der erste schock geht zwar schnell weg aber egal guck mal was für schön schaden wir schon gemacht haben so was wollte ich auch bei dem anderen sehen hat natürlich nicht so ganz geklappt ich wäre dir sehr dankbar wenn du mit deinem schutzschild noch ein bisschen warten könnte zumindest bis der zweite schock kommen das wäre super nett ja jawoll weg mit deiner schwalbenklinge die kannst du ja sonst wohin schieben will keiner sehen zack da ist er wieder am boden hoch mit dir es ist der flugzeit da 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 schaffen wir den sogar jetzt schon wird knapp aber könnte was werden ja der zweite schock killt sie immer okay hier werden wir schon mal das riecht doch schon wieder nach einem bosskampf oder achtet mal ich habe eigentlich von bossen erstmal die schnauze voll wenn ich ehrlich bin einfach nur ein bisschen story will ich weiter haben boah was hab ich vergesse das jedes mal jedes mal aufs neu vergesse ich das brecher ich glaube brecher war mein so in den nächsten aufnehmen und name mache ich sowieso wieder was an so aggression magie komm ich hätte gerne noch ein bisschen leben gehabt wenn ich ehrlich bin was habe ich für dich ich glaube dich hatte ich auf manipulator gesetzt 100 tp nein das kann doch jetzt moment 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 hallo oh nein 30 fehlen auch kaum können ja bei ihm hatte ich glaube ich auch mentor genommen ne nicht heiler ich glaube auch mentor war so du warst mein mentor my friend das ist unfassbar das ist unfassbar okay du mein mentor moment war hier alles voll ne war der überhaupt augmenter ich vergesse das jedes mal ey das da ich muss mir das mal aufschreiben dich weiß ich hatte ich auf heilung so du brauchst ihr braucht alle mehr leben viel mehr leben außer du du hast schon viel zu viel ja nein 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 was ist denn wanga wanga egal ich denke mal so können wir es lassen einigermaßen speichern hier kommt mit sicherheit wieder ein dicker kampf so das ist sowas von ein bosskampf das ist sowas von ein bosskampf das ist sowas von so ich schaue Das war's für heute. Ich habe nie gedacht, dass ich die Fähne nicht verletzte. Ich habe mich zu schätzen, dass ich mich selbst für Cera zu fassen hatte. Du bist ein Verletziger, nicht. Ich habe mich hier und mich hier gefangen. Ich habe mich hier verletzten, dass ich mich hier verletze. Sogar ich mich nicht verletze. Ich mag es einfach, dass ich den Fähne nicht verletze. Das ist doch eine große Rolle. Das ist nicht ein Charakter. Seraya, Rains, und das... Was für ein wirkliches Wunschluss ist, was ich wünsche, dass ich die Möglichkeit, zu retten zu den Krieg, das ist nur das! Ich auch! Ich auch. Ich bin dran. Snow, ich bin zurück. Ich verabschiede nicht. Das war's für heute. Ich bin der Fall, wenn ich mich nicht verletze, dann schau ich mich nicht zu. Was ist das? Wenn ich mich nicht verletze, dann ist das Schluss. Ich will... ... das ist das... ... das ist das... ... ... Ahhhhhhh! Na... Ich habe mich aus dem Weg gebracht! Das war's für mich. Das war's für mich. Och man ey, aber das sieht geil aus, Meta-Fertigkeiten, Analyse. So Müssen wir hier jetzt... Dicke auf die... Ja, das erste Mal werde ich verlieren. Alter, habe ich es auf die Fresse gekriegt. Leck mich dem Retter. Alter Schwede. Alter, ging das schnell. Okay, ähm... Ähm... Ja. Ähm... Spricht nicht gerade für uns, wenn wir hier so viele... Wartet mal... Ja. Ja.